Das Hiltl ist ein vegetarisches Restaurant, das älteste eigentlich der Welt. Wir versuchen stetig uns weiterzuentwickeln und auch spannende Zusammenarbeiten zu organisieren. Heute Morgen haben wir zuerst eine Degustation durchgeführt mit Spezialitäten aus unserem Haus. Und dann haben wir sie in die Länderküche eingeführt. Das war heute das Thema. Verschiedene Länder, wir haben Thailand, die indische Küche und auch die orientalische Küche ausgewählt. Und wir haben zuerst ein bisschen darüber geredet, was die Spezialitäten in diesen Ländern, in diesen Regionen sind und was die Küche alles beeinflusst. Und dann haben wir zehn verschiedene Mönnies gekocht zusammen und jetzt fein genossen. Es ist uns ein Anliegen, dass wir Ideen weitergeben können, vegetarische Ideen, die Leute wie hier, Köche wie hier, Küchenchefs, einführen können. Und vielleicht auch, weil es hier ein internationales Publikum hat, vielleicht eben auch mehr ausländische, vegetarische Gerichte anbieten zu können. Spannende Gerichte, die vielleicht auch das Zielpublikum hier gut kennen.